Hallo liebe Bastler, wir rasen ganz ganz schnell auf den März zu und der März ist bei mir immer ein besonderer Monat, eigentlich erst seit den letzten Jahren so richtig besonders was das Tempenack betrifft und zwar habe ich im März Geburtstag und da habe ich letztes Jahr einen Geburtstag Spezialmonat gemacht und das haben viele von Ihnen so gerne mögen, dass ich mir gedacht habe, das wiederhole ich heuer, ein bisschen anders natürlich, aber im Großen und Ganzen wäre es wieder etwas ganz Speziales. Und wen das interessiert, der mag jetzt gern dranbleiben, da erzähle ich jetzt in Kürze ganz genau wie es funktioniert. Gut, dann legen wir los. Und zwar, jetzt läuft ja schon seit zwei Monaten die Celebration und viele von Ihnen haben sicher die eine oder andere Prämie sich schon sichern dürfen und seit 16. Februar haben wir ja noch ganz wunderschöne neue Papiere dazu gekriegt und auch Stempel-Set und ein Prägevoller, also wirklich super. Aber jetzt kommt eben der März und da geht es bei mir richtig los. Und zwar habe ich meine März Geburtstagsaktion in drei große Hauptteile geteilt. Zum Ersten natürlich spezielle Geschenke zu Ihren Bestellungen dazu. Das ist für mich natürlich der allerwichtigste Teil, weil das für mich das Dankeschön ist an alle meine Kunden, die über das Jahr so treue Kunden sind und mir so viel Freude bereiten, mit denen ich größtenteils so, so netten Kontakt habe. Und das freut mich sehr und da möchte ich einfach als Dankeschön einen Monat lang Sie ein bisschen verwöhnen, wie es für mich eben möglich ist. Und zwar läuft das wieder so, dass ab einer Bestellung von 60 Euro kriegen Sie ja natürlich von Stampin' Up Ihre ganz normale Celebration-Geschenksprodukte dazu und von mir bekommen Sie zusätzlich noch ein Überraschungspaket dazu, also ein Überraschungsgeschenk. Überraschung deshalb, weil das natürlich das Überraschende zu einem Geburtstag gut passt und ich von daher jetzt gar nicht alles verraten mag, sondern Sie eben ein bisschen Überraschung haben sollen. Ab 100 Euro habe ich mich dazu entschieden, dass Sie zu dem Überraschungsgeschenk und zu Ihrem Celebration-Produkt noch eine Packung Lackglitzer-Akzente dazu bekommen. Und zwar deshalb, weil ich finde, die sind so schön, die kann man gar nicht genug haben. Jetzt möchte ich Ihnen die gerade einmal noch schnell in der Dura nochmal zeigen. Natürlich sind wir gut über Video, aber Sie wissen schon, was ich meine. Und zwar schauen die so aus. Die haben so einen richtig schönen Glitzereffekt drinnen, sind eben in vier Farben, aber noch dazu abgedönt erhältlich. Also ich liebe die sehr, ich verwende die ganz, ganz viel bei meinen Projekten. Und ja, eben von daher finde ich, dass wenn man pro 100 Euro noch sowas noch dazu bekommt, natürlich super. Und als dritte Staffelung ist die Bestellung ab 200 Euro. Da dürfen Sie sich noch dazu, zu Ihren normalen Geschenken, eine Packung Farbkarton in A4-Größe dazu aussuchen. Das kann jetzt, so wie da, das Silbergrau eine Einzelfarbe sein. Oder natürlich können das auch Mischpackungen sein, ganz wie Sie das gerne möchten. Da dürfen Sie mir zu Ihrer Bestellung dazu schreiben. Und dieses eine Papierpaket hätte ich gern gratis. Und dann wird es dabei sein. Und da zählen natürlich alle regulären Farbkartonen. Was in diese Aktion nicht reinfällt, ist sowas wie Flüsterweiß, Flüsterweiß extra stark, Vanille pur, Vanille pur extra stark. Also alles so Papiere, die ein bisschen außergewöhnlicher oder in größeren Packungen sind, zählen nicht. Sowas wie Seitenglanz zum Beispiel oder Aquarellpapier. Aber alle Farbkartonen von der kompletten Palette, die zählen. Da dürfen Sie nehmen, was Sie gerne möchten. Da dazu bekommen Sie natürlich bei 200 Euro drei Celebration-Produkte, das Geburtstagsüberraschungsgeschenk, die Lackakzente, der Farbkarton und noch dazu natürlich Ihren Einkaufsbonus, also die 10% ab 200 Euro. Wer also so zuschlagt im März, wird doppelt, dreifach, vierfach belohnt und kriegt ganz, ganz, ganz viel separat obendrauf gepackt. Das sieht sich also richtig aus. Das war Aktion Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist mein Gewinnspiel. In meinem Gewinnspiel geht es heuer ein kleines bisschen anders als letztes Jahr zu. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich Sie, meine lieben YouTube-Abonnenten und auch meine Blog-Abonnenten, wirklich sehr, sehr schätze. Ich freue mich immer über total liebe Kommentare. Aber dennoch könnte ich nicht so viel machen und ich könnte nicht so viele Gratis-Videos produzieren und so viele Anleitungen zur Verfügung stellen, wenn ich nicht auch Kunden hätte. Und von daher möchte ich gern, dass heuer meine Kunden ein bisschen mehr von dem Gewinnspiel haben und eher eine Möglichkeit haben, was zu gewinnen. Das heißt, ich werde für alle meine YouTube-Fans natürlich auch ein schönes Paket auslosen, aber da gibt es eben nur einen Preis und für meine Kunden gibt es ein paar mehr Preise. Und zwar wird das Ganze so laufen, dass Sie für einen Kommentar unter diesem Video, und da zählt wirklich nur dieses Video, ein Los erhalten. Sie können aber auch noch unter meinem Blog-Beitrag einen Kommentar hinterlassen, so können Sie sich ein zweites Los erwerben. Die Info dazu, also der Link zum Blog-Beitrag, den finden Sie unten in der Infobox. Also Sie können sich als Abonnenten maximal zwei Lose erwerben. Und die kommen auch in einen separaten Topf. Wenn Sie aber Kunde sind von mir, dann haben Sie noch ein paar mehr Möglichkeiten, sich Lose zu organisieren. Natürlich auch über Kommentare. Es zählt immer nur ein Kommentar pro Blog-Beitrag beziehungsweise pro Video. Also alle anderen werden automatisch gelöscht, weil das einfach sonst nicht funktioniert. Und natürlich kriegen Sie auch noch pro Einkauf Lose. Und zwar bei 60 Euro kriegen Sie ein Lose. Ab 100 Euro passend zu meiner anderen Aktion kriegen Sie zwei Lose. Und ab einem Einkauf von 200 Euro kriegen Sie fünf Lose. Also Sie können sich da zu den anderen zwei Lose noch maximal sieben Lose praktisch dazu erarbeiten. Wobei maximal stimmt gar nicht, weil Sie können natürlich im März nicht nur bei einer Sammelbestellung mitmachen, sondern bei mehreren. Also je mehr Sie bestellen, desto mehr Lose kriegen Sie natürlich. Ist eh ganz klar. Schön. Und was sind die Preise? Das möchte man ja natürlich auch wissen. Die Preise werden so sein, dass der erste Preis, also der Hauptpreis, der ist wirklich mega. Und den Lose ich einmal für meine YouTube-Blog-Abonnenten aus und einmal für meine Kunden. Da gibt es eben wie gesagt dann zwei Lostöpfe, sodass auch alle YouTube-Abonnenten und Blog-Abonnenten auch wirklich eine reelle Chance haben auf einen Gewinn. Und meine Kunden natürlich sowieso. Und zwar wird der erste Preis sein, der für beide jeweils einmal verlost wird, das Produktpaket Blütentraum. Und zwar sind es die zwei Stempelsets und die passenden Sinlits dazu. Die sind wunderschön. Also ich habe da schon ganz, ganz, ganz schöne Projekte dazu gesehen. Haben auch einen recht hohen Wert. Ich habe ja extra für etwas entschieden, was man sich jetzt nicht so schnell herkauft, weil es einfach ein bisschen, ja, schon ein teureres Stempelset ist. Und ich möchte, dass Sie wirklich einen schönen, großen Gewinn haben. Also das würde man die Stempel und die sind jetzt extra gekauft, ist da ein Warenwert von alleinig von dem von 83 Euro. Dann kriegen Sie noch einmal die passenden Accessoires Blütenfantasie dazu. Die schauen so aus. Blütenfantasie, die sehen Sie im Frühjahrskatalog auf der Seite 23, das sind die kleinen Blümchen und Flätter. Da gibt es eben so, ja, so eine Packung halt mit so richtig netten kleinen Accessoires. Und dazu passend noch einmal das Organzerband in Flüsterweiß. Also das finde ich passt jetzt von der ganzen Serie schön zusammen und deshalb habe ich mich eben für das entschieden. Alles miteinander haben wir da dann einen Warenwert von knapp 100 Euro. Und ich finde, das ist ein ganz schöner erster Preis und ich hoffe, dass sich dann die zwei, die da gewinnen, also einmal Kunde und einmal Abonnenten, hoffe ich, dass sich die richtig, richtig, richtig freuen über den Gewinn. Und dann werde ich für meine Kunden noch separat zwei Überraschungspreise verlosen. Die werde ich allerdings erst Anfang April bekannt geben, was es genau sonst noch zu gewinnen gibt. Es soll ja ein bisschen spannend noch bleiben. Und als dritten großen Aktionspunkt habe ich diesmal das, dass ich noch ein Zuckerl, ein extra Zuckerl habe für neue Teammitglieder. Und zwar ist ja in der Celebration ohnehin für alle, die sich entscheiden, bei Stampin' Up einzusteigen, sich ihr Hobby ein bisschen günstiger zu erwerben oder eben vielleicht auch den einen oder anderen oder einen Euro dazu verdienen möchten. Die haben ja bei der Celebration ohnehin schon ein ganz super Startangebot. Wie immer gibt es ja unser Starter Set. Das gibt es das ganze Jahr im Wert von 175 Euro, wo man aber nur 129 Euro bezahlen muss. Und in der Celebration, also bis 31.03. bekommen Sie von Stampin' Up noch zwei Stempel-Set gratis dazu, die Sie sich aus dem kompletten Sortiment aussuchen dürfen. Und als extra Zuckerl gibt es von meiner Seite her noch ein drittes Stempel-Set dazu. Das heißt, für alle, die sich entscheiden, zwischen dem 1. und 31. März in mein Team zu kommen, die dürfen sich zu ihrem ganz normalen Standard-Starter-Set noch drei Stempel-Set gratis dazu aussuchen. Ich hoffe, dass das meine neuen Team-Mitglieder sehr freuen wird. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere sagt, ha, das ist jetzt gerade noch der Anreiz, aber jetzt probiere ich es. Verlieren kann man in Wirklichkeit nichts. Was so die Pflichten von einem Demonstrator sind, von einem unabhängigen Stampin' Up-Demonstrator, beziehungsweise welche Vorteile man hat, das habe ich ja letztes Jahr schon mal in einem Video verfasst. Es sind wohl die Bonus-Dinge heuer ein bisschen anders, aber das Grundprinzip von den Aufgaben oder auch von den Bedingungen eines Stampin' Up-Demonstratoren, die sind immer noch gleich. Von daher verlinke ich Ihnen da oben das Video, wer sich da gerne nochmal informieren möchte. Weiterhin ist das Ganze natürlich auch nochmal auf meinem Blog verlinkt. Wer also direkt bei mir einsteigen möchte, findet dort in der Infobox, beziehungsweise auf meinem Blog, auch nochmal direkt den Link zum Online-Vertrag. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich das eine oder andere Team-Mitglied bei mir begrüßen dürfte. Meine Mädels haben recht eine große Freude, wir sind eine ganz nette kleine Truppe und ich denke, ja, wir würden uns immer über neuen Zuwachs freuen. Schön! Das ist also meine geplante März-Aktion. Ich hoffe, dass Ihnen das Ganze zusagt, dass Ihnen das gefällt. Ich hoffe, dass Ihnen mein Video wieder gefallen hat. Wollt diesmal ein reines Infovideo. Wenn es Ihnen gefällt hat, bitte gerne einen Daumen hoch. Das freut mich natürlich immer. Und ansonsten bin ich gespannt auf Ihre Reaktionen und sage Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.